Aber Härte kam ins Spiel. Geraldino muss vom Platz. Und das wird das 1 zu 1. Sehen Sie, wie das Bein von Silov das Bein von Peledraf. Ja, von Peledraf. Ja, ist er so schwer verletzt. Ja, ist er so schwer verletzt. Aber das Publikum hatte, seien wir ehrlich, etwas mehr erwartet.